hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder bei free fire unterwegs und ich möchte spielen das br ranking und ich sehe gerade ich kriege ein geschenk also dann bis gleich okay ich bin wieder als bester gerankt ich denke mal hier ist auch kein anderer spiel also ich spiele nur gegen mpcs aber das werden wir ja gleich sehen könnte vielleicht ein anderer spieler sein aber ich glaube das sind wir alles mpcs so schon mal die richtung aus die korn die ich fliege wir sind in dem bereich achten muss ich den hinten hin die ecke kenne ich doch gleich da vorne hoch mit der seilbahn rüberfahren und dann bin ich bei der truhe oder ich laufe einfach rüber nee ich nehme die seilbahn okay schnell ins haus rein rennen sachen einsammeln ins nächste haus was für waffen habe ich denn hier oh meine lieblings waffe was habe ich jetzt hier für eine waffe okay die wechsel ich gegen dieser lass mal brauche ich nicht hier 36 auch nicht so wirklich aber erst mal das kleine haus hier mit jetzt das große haus das ist ein 3er rucksack aber naja vielleicht habe ich ja hier auch einen na da ein 3er rucksack ich wollte doch die treppe hoch okay jetzt stehe ich mich kurz hier hin in der ecke und schaue was ich alles wegschmeißen kann nichts brauche ich alles okay im haus am besten die nahkampfwaffe ups da ich bin außerdem auf den knopf gekommen ich sehe hier kein scharfschützengewehr scharfsch auch Das war's für heute. 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 Hmm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, der wollte nicht von mir sterben. Oh, da ist glaube ich ein Spieler in der Truhe. Aber ich wüsste nicht, dass die NPCs die Truhen aufmachen. Das war's für heute. Ich steige gleich wieder ab. Mist. Ah, Mist. Was bei mir halt noch so schlimm ist, ich muss mal auf die Tastatur gucken. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich würde mal drehen. Ich würde gewinnen. Habe ich mir fest vorgenommen. Das war's für heute. Okay. 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 Schrotz. Okay. Okay. No, es ist okay. Noch kann ich sie gebrauchen. Hier wird geschossen. Hier wird geschossen. Hier wird geschossen. hier wird geschossen. Und hier werden geschossen. Warte mal. Das nimmt man auch mit. Wechsel war mit. Das nehmen wir auch mit. Wechsel war mit. Das war's. meine lieblingswaffe nicht dabei heute oder was heißt heute in dieser runde das ist traurig sechs meter sind ich brauche eine größere tasche aber die schildküste 30 schuss das ist auch schlecht normal ist am klappern weil ich andere waffen habe zack zack haben sie schon alles weg gefarmt so ein das war wenig munition Hm. Da macht Speng. Da ist ein Spieler. Das war ein M.P.C. Okay. Naja, wenigstens zwei Kills schonmal. Von links kommt bestimmt keiner mehr. Ich brauche aber noch, glaube ich, ein bisschen Munition. Ein bisschen. Nicht so. Ah, hier. SpG-Munition. Wer braucht denn sowas? Okay. Ich höre hier keinen. Der hat aber viel. Ich höre hier. Ah, da geht's. Triple kill! Naja, du hast eine Kugel. Der ist eine Kugel. Okay, das ist kein Spieler. Bäm! Wuh! nice ein sieg doch noch am ende gott sei dank so darf ich mal sagen das was leute auch und 5ks 1799 schaden naja egal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr euch dabei sagt bis dahin viel spaß und auf wiedersehen und